Und ein herzliches Willkommen zurück bei einem weiteren Mario Tennis Aces Online-Turnier mit von Neue Gameplays als Hobby. Und ja, ich hab's eben gerade gesagt, also Turnier. Drücken wir das da auch noch einmal an und machen Online-Turnier. So, jetzt schauen wir mal, wie weit wir diesmal kommen. So, Standardgruppe natürlich. Wir bleiben bei unserer Rosalina. Und dann schauen wir mal. Gegner suchen? Jupp. Mal sehen, wen wir zuerst finden. Der Finn. Mit Kettenhund. Okay. Na gut, schauen wir mal, wie der Kettenhund ist. Oder mal generell mal gucken, wie gut der Finn ist. Finn hat Aufschlag. Na gut, okay. Viele denken wohl immer, man... Oh, checket er, den kriege ich noch. Na gut. Ha, ha, ha. So, wird das wohl nix. Huch. Warum? Gegen Computer bin ich so gut. So, geht doch. 1-0 für mich. So, ich bin dran. Meine besonderen Aufschläge. Ich glaube, wenn ich Aufschlag habe, hat er, glaube ich, keine Chance. Okay, das war's. Die erste Runde habe ich wohl gewonnen. Gegen Finn. So, tut mir leid mit meinen Aufschlägen, habe ich dich überrascht. Aber war trotzdem ein nettes Spiel mit dir. Immerhin, er kriegt zwei Punkte. Okay. Das heißt, das war's mit dem ersten Kampf bei dem Online-Turnier. Das fiel bei Pokémon Tekken DX, fiel da so dreieinhalb Minuten. Gut, okay. Das heißt, dann sehen wir uns wieder beim nächsten Teil, wo es weitergeht mit diesem Turnier. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Der erste Gegner scheint immer relativ leicht zu sein. Aber so ist es nun mal immer in Turnieren. Erst später werden die Gegner schwieriger. Okay, das war meine Tennis Aces im Online-Turnier mit von Nöhe Gameplays als Hobby. Und ich wünsche euch noch viel Spaß bei mir und auf YouTube generell. Bis dann. Tschüss.